So, hallo, in der Zukunft zu einer weiteren Folge. Ich meine, nur noch diesen Raum bekommt. Lass mich durch, lass mich durch. Warum macht der das auch zu? Das verstehe ich überhaupt nicht gleich am Anfang. Macht doch gar keinen Sinn. Jetzt hat er jeden das verzögert. Welchen Raum sucht mir an dem? Alter. Ah. Kann man nicht jetzt hier durchschießen? Nö. Natürlich. Was? Warum schießt du mich an, du kleiner Pisser? Vollidiot. Scheiße, ich bin weg, die ich hinterlaufe. Fuck. Ah, ich verpiss mich auch. Wurde ich schon angeschossen von dem Vollidioten. Eine Drohne ist unten und die hatte ich definitiv dann, glaube ich, auch gesehen. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter entdeckt. Wieso liegen da noch drei Westen? Verstehe ich nicht. Ich habe meine nicht mitgenommen, weil ich sofort gerannt bin. Ja, bei dir kann ich es doch verstehen, weil du weg bist. Aber jeder andere ist direkt da. Na toll. Was war denn das jetzt? Hast du einen vom Weiten weggeholt, oder was? Nö, ich habe meine Cam da platziert. Der ist da rumgeschlichen an der Tür. Und dann bin ich einfach hochgerannt. Und hab ihn mir einfach schnell geschnappt. Einer ist direkt an der Tür. Einer ist direkt an der Wand dran, rechts. Der versucht da gerade, was zu planten. Das sehe ich gerade. Warte. Jo, mit der Pumpe auf der Entfernung holst du mich nicht weg. Ich komme mal von hinten. Du kannst nicht von hinten kommen. Ach so, da, ja. Scheiße, ich bin jetzt die ganze Zeit gesteppt wie ein Weltmeister. Fuck. Okay, ich habe ihn weggeholt. Ich glaube, wir brauchen Verstärkung beim Weg. Bin auf dem Weg. Ich habe ihn gesehen. Er ist ja hinter dem schäßlichen Schreibtisch. Ich habe mich jetzt richtig scheiße positioniert. Schon wieder keine Munition? Was ist denn hier auf einmal los? Ich versuche mich da abzuschießen. Ich bin da. Ich bin da. Noch einer ist hier in dem Raum. Im Raum sagst du? Ja. Ich glaube hinter dem Schreibtisch. Ne, okay. Ich habe ihn. Jo, ich habe ihn auch. Ich habe ihn extra geködert. Sehr schön. Lief sehr gut. Gut, dass er geschossen hat auf dich. Sonst hätte ich nicht gewusst, wo er genau ist. Ja, eben. Leuchtet ja schon wieder. Geil. Ähm. Ich nehme einfach mal. Ich habe keinen Bock auf Glass. Ja, ne, 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 ne. Ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich nehme unseren Termite. Das habe ich denn da im Gegenstand bei Betäubungsgranaten. Ich nehme einen Jackal. Ah, Betäubungsgranate kann man ruhig machen. Ja, Jackal beim Flugzeug ist ja total imbar. Ja, mal gucken. Also ich gehe vielleicht nicht am Objekt hoch. Sondern irgendwo anders. Aber das fand ich ganz geil. Der ist nämlich als Blackbeard da so rumgekrochen. Hier in den Eingang, in den hinteren Bereich, wo ich ihn getötet habe. Und er hat die Kamera oben an der Decke nicht gesehen, die ich da platziert habe. Damit ich schön beide Eingänge sehen kann. Na, perfekt. Und dann dachte ich, der schüttet ja immer noch. Dann läuft er hoch und gibt's ihm gleich die Kugel. Mute haben sie. Jäger und Mira. Das gleiche Raum wie wir. Na ja, gut, der Raum wird sich glaube ich nicht mehr ändern im Laufe des Spiels. Ja, gefühlt war immer nur noch der. Macht doch fast nur noch Sinn, diesen Raum zu spielen. Die anderen Räume, die kann der Gläs durchbohren. Unten ist er auch gut. Und unten, ja. Also zum Verteidigen zumindest. Lass mal weiter hinten hochgehen. Wir räumen von hinten auf. Ich hab keinen nach hinten gehen sehen, aber wir können trotzdem Safety First mäßig vorgehen. Ne, ich platzier sie einfach nur schon mal weiter vorne. Da kommt die dann. Tommy, da steht jemand. Genau in den Gang drinnen. Alter, warum sind wir alle hier? Ja, weiß ich auch nicht. Ja gut, dann verpisse ich mich wieder. Wir sind zu fünft hier, alle klar. Dann lass uns von unten durchgehen. Genau, lass von unten. Schon elf HP verloren, krass. Aber ich nehme der Explosion. Kannst du deine Drohne gleich nutzen? Äh, okay. Wir wurden entdeckt. Hier ist die Cam noch. Scheiße. Daran hätten wir denken sollen. Oben sind alle übrigens tot. Wir sind nur noch zu zweit. Äh, deckt man den hinteren Aufgang. Ich fahr andere Seite lang und guck, ob da jemand ist. Neben mir war jemand? Wie kommt der jemand hin? Naja, der ist von der anderen Seite runtergekommen. Aber ich würde doch da mit Drohnen langfahren. Oh, krass. Naja, scheiße. Da haben wir uns aber vorfüllen lassen, Alter. Da war er heftig. Warum sind wir noch alle nach hinten gegangen, Leute? Was war denn da los? Ich verstehe gar nicht. Bei der Map musst du von zwei Seiten kommen. Sonst hast du doch gleich alle auf einen Haufen. Ich glaube, passiert genau das wie jetzt eben. Vor allen Dingen wussten die auch, wo wir waren. Also, da kam da noch einer. Ich habe mir eine Kamera ausgemacht. Ich war mal, wir haben die Kamera ja auch zu spät gescheckt. Wir sind ja auch gleich drin. War schon ein bisschen witzig. Pech. Ich bin wieder der Raum. Ach so, ich bin der Ruper. Das wird mal was ablegen. Ja, das lassen wir mal auf. Ja, das lassen wir mal auf. Oh, shit. Oh, shit. Sorry. Ja, der hat ne... Gut, okay, der hat meine... Nix da. Einer kam auf den Tragflächen hoch. Kann ich ja eigentlich jetzt lurken, oder? Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Du bist aufgeflogen. Okay. Ich bin auf dem Weg zu euch wieder. Ja, wir brauchen Verstärkung. Dringend Verstärkung. Pass auf, hier ist ein Loch in der Wand. Also das habe ich selber reingemacht, aber... Kannst du mir mal den Arsch frei halten? Wo? Ach, scheiße. Ich bin ja kein Angreifer. Weg mit dir. Falsche Fenster. Sehr schön. Alle Verteidigungsrunden laufen irgendwie bei jeder... Äh... Bei jeder Seite. What the f... Ey, ich wollte schon sagen. Da habe ich nochmal rausgefeuert. Weg mit dir! So, das machen wir bitte nochmal und haben diesmal ein bisschen... Ein bisschen ordentlicher. Die volle Offense da auf einer Seite ist einfach Quatsch. Ja, wir gucken jetzt einfach mal, wo die anderen lang gehen und dann... Ja, genau. Dann gehen wir mal komplett in den entgegengesetzten Weg. In Unfall halten wir sie da hinten... Vorne halt am Schacht auf. Na. Zwar ätzend die Stelle, aber so ätzend. Was da gerade abliegen, ist mir gar nicht klar. Ja, so ein unten. So ein unten. Ja, gut. Unten im Frachtbereich. Okay, unten. Das ist ja auch so ne Nummer, wa? Ja, aber... Das ist glaube ich besser für uns. Ich hab Thermite bei, das ist schon mal gut. Ja. Das ist definitiv gut. Jetzt rechts. Genau, hast du gesehen. Lass mal ganz nach oben übers Cockpit gehen. Ja. Loi. Er fährt aber auch nen straighten Weg. Ja, vor allem der eine Typ ist hier mitten in dem kleinen Hohlraum. Weiter zu seiner Position. Genau, schön unter den Tragflächen drunter laufen. Dann sieht uns keiner. Ja. Die haben da sogar ein Loch reingemacht. Oh, die ganze Tür ist offen. Die ganze Tür ist offen. Ne, nur ein Loch. Aber... Na. Es kommt keiner. Ich fahr mit der Drohne rein. Du guckst auf die Tür. Ja. Ziel ist umkämpft. Alter, was haben die so schnell gemacht? Äh... Ich sehe hier keinen. Eben Behälter sicher. Sehr gut. Wenn die jetzt wo Kamikaze Action machen. Einer ist ganz... Einer ist auch ganz oben. Da ist ja überhaupt nichts. Ach so, ja. Was? Hä? Ist die Jungs besoffen? Ich denke schon. Was macht denn Fuse da? Äh? Ich hasse diese Map. Oh, scheiße. Geiler Typ. Soll er sich weggehauen? Jupp. Er hat mich gefused. Ja, Mann. Er fused die mittlere Etage durch. Was ich nicht verstehe. Mann, dieser Vollidiot! Alter, ich könnte ihn in die Fresse treten. Er springt genau runter, wenn ich auf den Jäger schieße. Deswegen habe ich den Jäger nicht getroffen. Ich hätte den ganz easy getroffen. Was macht er? Springt rein, blockt meine Kugeln und wir fressen beide vom Jäger. Geil. Top. Alter. Richtig geiler Typ, Alter. Ja, definitiv. Oh, toll. Insofern nochmal angreifen. Nee, jetzt nehme ich Fuse. Ich finde ihn nochmal so eine Kacke. Ich will nicht nochmal, dass da einer unserer eigenen Leute wegfused. Ihr war eigentlich auch so richtig dumm. Warum denn von dort fusen? Ja, von ganz oben in die mittlere Etage. Und ganz unten waren die Gegner. Macht Sinn. Vor allem auch mehrere Male. Einmal kann ich es ja voll verstehen. Also, das war nie... Wieder ein leichter Spot. Ich kann es nicht mal voll verstehen, sondern ich kann es einfach nur so ein bisschen verstehen. Einfach falls da jemand in dem Raum wartet. Ja, aber dann fließt du doch eigentlich nicht einfach so. Einer geht glaube ich nach oben ins Cockpit. Ja. Der hat mich da nämlich weggeholt gerade. Das sah so aus. Als ich die Treppe runtergelaufen bin. Was ist deine Drohne noch aktiv? Nee. Kaputt. Ach, der ist doch da auch schnell eigentlich mehr drin. Nein. Diesmal haben sie verstärkt. Na toll. Hätten wir in der letzten Runde einfach zumachen können den Sack. Da war auch noch einer. Okay, wir müssen wieder über das Cockpit kommen. Da war auch noch einer. Wir müssen diesmal aufpassen. Da sind definitiv ein paar in dem mittleren Stockwerk und oben gewesen. Wo gehst du lang? Ich bin oben am Cockpit. Scheiße. Bin ich gerade feitschläge laufen? Fuck. Jetzt ballern die sich gegenseitig weg. Ernsthaft jetzt? Einer von uns hat den anderen gerade weggeschossen. Ja gut, wenn ihr da eh wieder alle auf einen Punkt rumdüppelt, dann lauf ich mal außen rum. Definitiv auch glaube ich unter uns welche. Ich komme mal zu dir. Ey, mit die Bahnen will ich nicht mitlaufen. Die schießen sich ja alle. Gehen die Seite weg. Was? Okay, die stehen unten alle ziemlich zentral. Also ich gehe mal oben rum durch und versuche so rein zu fusen. Das tut mir leid ein. Mal schauen wir mal oben rum. Aus das nicht mal hier? Ja! Was ist das denn? Oh shit. Kann ich hier durchführen. Tschüss Lappen. Ich hab ihn verletzt. Kamikaze. So. Irgendwo ist hier nur einer. Okay, sehr schön. Alle weggerotzt. Doch noch gewonnen zum Glück. Ei, ei, ei. Schöne Ding, schöne Ding. Ah, das war wirklich hart erkämpft. Also die Angreiferrunden waren ja sonst eigentlich total terrible. Ich konnte halt voll, ich schlage, hab mich dann so auf diese Treppe gelegt und konnte komplett den Gang runterschauen. Ja, perfekt. Sehr schön. Ich würde sagen, wir sind zu einer wunderschönen nächsten Folge von Rainbow Six Siege wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss.